Ja, also ich wäre überhaupt schon froh, wenn ich in Erinnerung bleibe. Also man ist so vergänglich. Und wenn es einfach das war. Ich bereite Menschen gerne Freude. Nein, für mich bist du lebendig, wo auch immer du jetzt bist. Wenn mein Herz dich heut auch Tränensperr vermisst. Wir sind ewig und zertrennlich. Und doch nur ein Rauch im Himmel, bis wir eines Tages schon Träume sind. Für mein ganz persönliches Ende würde ich mir wünschen, dass ich begleitet werde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!